Ja, hallo ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal schöne Ostern, wir waren schön in Österreich, ein bisschen stürmisch, aber sonst ganz nice, guck mal wieder, erstaunlicherweise hätte ich mitgerechnet, mal wieder Snowboard fahren, trotz angedätschem Fuß, naja, scheinbar brauchen wir keinen Fuß. Genau, heute mal ein ganz cooles Thema, nämlich, ja, können auch so Freundschaften, Bekanntschaften so diese gleichen Signatur haben, wie so toxische Beziehungen, dass man sich da so heiß-kalt-mäßig verstrickt, dass es Lovebombing gibt und, genau, gibt immer noch mal ein neues Büchlein hier, für, wenn du aus Kurzzeit-Beziehung, Langzeit-Beziehung machen willst, bei mir auf der Webseite, auch mit einer Combo mit dem People-Bleaser-Kurs und ganz normal bei Amazon als E-Book und E-Book und Printbook, genau. Und wir haben immer noch unsere Oster-Jubiläumsaktion, vielen Dank für 10.000 verkaufte Modul-1-Umprägung aus Liebeschips und den dazugehörigen Kurs 2, deshalb hau ich die begrenzte Menge zum alten Preis raus, was quasi 50% weniger ist, als danke auch an euch, gute Gelegenheit, besser wird es, glaube ich, nicht, da mal einzusteigen. Genau, dürften auch bald vertickert sein, die restlichen. So, aber jetzt kommen wir mal zu dieser E-Mail, und zwar schreibt Landetipf Luftkola. Hallo lieber Christian, eine kurze Frage, gibt es auch nicht toxisches Lovebombing? Naja, also natürlich gibt es, ich meine, wenn man sich verliebt zum Beispiel, natürlich ist man da nett und sagt nette Sachen über den, aber Lovebombing hat natürlich immer diese negative Konnotation von irgendwie sowas Manipulativen. Meiner Ansicht nach kann es, das kann ich auch gleich jetzt schon sagen, kann es sowas überall geben, also Sekten machen das auch sehr gerne, das kannst du im Geschäftskontext haben. Meiner Ansicht nach kann es auch unter Freundschaften haben, hier ist, glaube ich, eine sehr spezielle Geschichte, das ist, glaube ich, ganz spannend. Ja, gucken wir uns das mal weiter an. Insofern ist, gehört es, ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste, aber es gehört zu diesen, übrigens auch in meinem Modul 1, zu den großen sechs ätzenden Verhaltensweisen, wie Schuldumkehr, Gaslighting, Fast Forwarding und diese ganzen Sachen, ist eben auch Lovebombing. Eine davon ist nicht unbedingt, man kann sich darüber streiten, ob es die schlimmste ist. Wie gesagt, warum machen Sekten das alle, wenn Leute da reinkommen, werden die erstmal Lovebombt? Weil es funktioniert, vor allem, wenn man selber leere Eimer hat, funktioniert das hervorragend. Ich habe das in einer Freundschaft erlebt, ich hatte ziemlich leerer Kind-Eimer und bin als freiwillige Mitarbeiterin an eine alternative Schule gegangen, in der Kinder gewaltfrei und bedürfnisorientiert behandelt werden. Wollen wir jetzt mal interessieren, was das eigentlich genau heißen soll. Wollen wir mal von ausgehen, dass Kinder gewaltfrei erzogen werden, aber bedürfnisorientiert ist auch immer, aber gut, ich will das Thema jetzt nicht aufsprengen hier. Ich habe immer so meine Frage, kommt das Alter an, ab welchem, naja, okay, es ist was anderes, ich lasse es einfach mal, gut. Aber übrigens immer noch da, meine Eimer sind inzwischen voller durch mich selbst gefüllt. Die betreffende Freundin hat dort gearbeitet und ich habe sofort angedockt, weil sie mich so unglaublich lieb, verständnisvoll und emotional begleitend war. Ich habe mich von ihr bei allem, was ich erzählte, nicht bewertet gefühlt, sondern immer gesehen und verstanden. Das ist erst mal was Schönes, aber offensichtlich kam dir irgendwas oft vor und dann ist es auch meistens oft. Erst war sie meine Mentorin, in dieser Rolle war das okay und ich habe sie total bewundert und idealisiert am Anfang. Also ihr seht jetzt schon die gleichen, allein diese ganze E-Mail geht genauso los wie in Beziehungen. So, das haben wir schon, die Idealisierung hier. Sie hat mir nach recht kurzer Zeit einmal gesagt, wie gern sie mich hat, mich in ihren Freundeskreis eingeladen. Sie hat mir Dinge gesagt, wie du hast es in kurzer Zeit geschafft, unter die zehn Menschen zu kommen, die ich am meisten liebe. Ja, im Dating wäre das jetzt, ich habe zwar schon 7.877 Frauen gedatet, aber du bist was ganz Besonderes. Exakt das gleiche Strickmuster. Weiß es nicht heißt, dass sie es jetzt nicht so meint, aber sie hat mir insgesamt sehr oft gesagt, dass sie mich liebt. Das ist schon awkward, sorry. Wie toll ich bin und mich einmal, als wir unterwegs und betrogen waren, innig um den Abend und gesagt, sie mag auch die anderen im Team, aber mich würde sie am meisten lieben. Also es ist jetzt nicht unbedingt in Deutschland üblich, unter Freunden zu sagen, dass man sich, ihr seid ja noch nicht, also seid ihr jetzt schon befreundet? Also nicht unbedingt üblich, dass man sagt, dass man sich liebt. Kann man natürlich machen, aber dann ist es schon sicherlich eine sehr enge Freundschaft. Habt ihr die hier? Ich glaube nicht. Ist es jetzt böse oder so? Nein, aber es ist irgendwie, macht einen komischen Vibe, ne? Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Könnt ihr mir vorstellen, dass die so ein bisschen queer unterwegs ist, dass sie vielleicht doch irgendwie auf sich romantisch steht auch, auch wenn du was, glaube ich, später mal noch abtust hier, aber naja. Sie sagt ja auch, dass es gar nicht einfach sei, jemanden so zu lieben. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht als Randnotiz. Ich bin nicht lesbisch und auch nicht. Sie auch nicht. Wie wir ja wissen, gibt es da ja einen breiten Graubereich, sag ich mal, ne? Sie ist in einer Beziehung mit einem Mann und ich interessiere mich sexuell und romantisch für Männer. Ja, also bei dir ist das ja klar jetzt, aber bei ihr war ich mir jetzt nicht so sicher. Trotzdem hat es mir extreme Schmetterlinge ausgelöst. Ja, und Schmetterlinge ist ein Zeichen. Ich weiß, das wird immer so gewertet als große Verliebtheit. Verliebtheitssymptom ist es sicherlich auch, aber es ist vor allem Angst. Das ist ein Angstsymptom. Und das, was wir so im Verliebtheitskontext deuten als, boah, ich bin total verliebt, aber es ist eine Angst, dass der andere nicht zurückliebt, dass es doch nicht funktioniert, dass man jetzt verliebt ist und der andere aber nicht. Das ist eigentlich eine Angst. Wird in toxischen Zusammenhängen spielt das immer eine Riesenrolle, weil man immer denkt, boah, ich bin so verliebt. Ne, man hat so eine Angst irgendwie, dass irgendwas faul ist oder irgendwas schiefläuft oder dass man heiß-kalt behandelt wird, was sicherlich jetzt bald losgeht. Ich wollte jeden Tag in ihrer Nähe sein. Ihre körperliche Nähe hat mich sofort wie eingehüllt und beruhigt. Und ich habe immer gefürchtet, ich habe was Falsches gesagt. Wenn sie mir auf Nachrichten nicht geantwortet hat, ich war total auf sie fixiert. Also auf jeden Fall nichts Gesundes hier. Und es braucht natürlich auch in dir einen entsprechenden Ankerpunkt, wo du darauf anspringst. Also vielleicht hast du es zu wenig gehört in deiner Kindheit. Das müsstest du jetzt mal gucken. Aber klar, es gibt bei dir auch eine Anfälligkeit dafür. Und das habe ich auch schon öfter gehört. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt. Also dass man, obwohl man jetzt vielleicht sie auch nicht, nicht, ob ihr beide nicht lesbisch seid, nicht queer seid, trotzdem diese Dynamiken, diese heiß-kalt-Dynamiken, die es da irgendwo geben muss, sonst würdest du nicht so addicted reagieren, dass die sich so ausspielen, dass man das selbst, ja, obwohl man es eigentlich jetzt, soll ich mal sagen, diese verliebten Gefühle hat, obwohl man eigentlich sagt, mein Gott, nee, ich stehe überhaupt nicht auf Frauen. Ja, okay. Also eigentlich alles klassisch, liebessüchtig, verlustängstig, pluspolig. Und damit nichts Gutes. Da gibt es, wie gesagt, meine Definition von toxisch ist, man wird liebessüchtig. Aus meiner Definition, selbst wenn die Frau jetzt nichts offensichtlich Falsches gemacht hat, ist sie für dich, ist das für dich ein toxischer, also in meiner Definition ist es eine toxische Freundschaftsbeziehung. Warum? Weil du liebessüchtig bist. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Also wenn diese Freundin wirklich, ich meine, das wissen wir alle aus, nicht heterosexuell, sondern aus romantischen Kontexten, können natürlich auch homosexuell sein, wissen wir alle, wie soll ich das mal sagen? Also, dass wenn sowas passiert, dass wir da nicht von Bindungssicherheit reden können, sonst wäre man nicht liebessüchtig. Das heißt, da ist irgendwas in dir, aber auch in ihr, muss das dann, ach genau, das wollte ich ab und verantworten noch, das wollte ich sagen, dass es Menschen gibt, und das sind nicht unbedingt immer die Gesündesten, die so eine total krasse Ausstrahlung haben, die einen total reinziehen, wie so ein Sog irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da eventuell irgendwie speziell aufgestellt ist, aber gut, wir wissen es natürlich nicht. Irgendwas tickt da zwischen euch, dass irgendeine Wundenanziehung zwischen euch, und die ist meiner Ansicht nach nicht gut. Vielleicht hast du auch so eine Mami übertragen auf sie oder so, also irgendwas ist da irgendwie schräg. Also Wundenanziehung ist vielleicht, aber da muss auch bei ihr eine Wunde sein. So eben, weil mein inneres Kind so angeträgert war, auch durch das Setting, sie ist auch noch, hat auch noch so einen beratenden Beruf, das kann natürlich dieses, also du behandelst sie ja eigentlich wie so eine positive Mami, die nicht weglaufen darf, das kann das natürlich noch weiter verstärken. Zum Glück gab es einen erwachsenen Teilnehmer, der das mit dir immer irgendwie besprechen konnte, für ihr teilweise plötzlich abweisendes Verhalten, hat sie immer eine schlüssige Erklärung, abwesend, eigener Stress, Ungeduld, ja, aber das ist das Gleiche wie in Beziehung, sorry, also sie handelt jetzt immer so wild, handelt sie jetzt bindungsvermeidend, also erst zieht sie dich rein in die Bindung, und dann sagt sie, oh, nee, nee, jetzt kommen wir los nicht zu nahe, und ja, wobei ihre Worte auch mit ihrer Körpersprache übereinstimmen, ich habe in diesen Momenten tatsächlich gefühlt, dass sie total ehrlich zu mir ist, vielleicht habe ich einfach schon zu viele E-Mails gelesen, dieser Art, ich wäre einfach immer ein bisschen vorsichtig, Leuten immer nur so die edelsten Motive zu unterstellen, und dass sie total gesund sind, alles prima, ich werde ein bisschen, vor allem wenn sowas passiert, kann man, glaube ich, ein größtes Skepsis haben, aber natürlich muss man auch sagen, wie gesagt, du hast da auch Anziehungspunkte, dass ich das so, also für deine eigenen Gefühle, bist du natürlich auch ein Stück weit verantwortlich, ist klar. Diese Liebe wirklich fühlt, und mich das einfach spüren lassen will, ich weiß nicht, also ich kriege ja auch so, ich meine, du hast mir ja auch geschrieben, ich muss sagen, ich kriege auch so einen komischen Vibe, das ist irgendwas, irgendwie vielleicht doch nicht so, geerdet, und vielleicht doch nicht so unmanipulativ ist, wie du das wahrnimmst, ich weiß es nicht. Das muss nicht heißen, dass sie irgendwie, das kann auch einfach so eine Art sein, wie sie ist, aber ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie oft. Wenn sie sich dann meines Erachtens nach inkohärent verhalten hat, nicht antworten, obwohl ich es auch so speziell bin, ja, das hast du dann hot in cold, aber da habe ich allerdings sofort wieder gezweifelt, insgesamt hat sie sich nach vielen ehrlichen Gesprächen, unzähliger Versicherungen, dass sie mich wirklich mag, verlässlicher Kommunikation, Ehrlichkeit beiderseits, normalisiert. Okay. Außerdem habe ich im letzten Jahr durch andere toxische Situationen wirklich gelernt, für mich selbst mehr Verantwortung zu übernehmen und radikaler zu sein. Ich reagiere nicht mehr so stark. Ich kann inzwischen wirklich eine unabhängig schöne Liebe zu ihr spüren und kann auch meistens glauben, dass diese erwidert wird. Ich kenne sie inzwischen besser und weiß, dass sie ein bisschen ein Komm her, geh weg, Thema generell in sich trägt und selber im inneren Konflikt ist. Und gut, das ist ja jetzt eine ganz erwachsene Sichtweise. Ein Teil von ihr kann mit viel Nähe und sie will auch und ein anderer kann dann doch nicht. Ja, ich denke, vielleicht hat sie auch so ein inkohärentes Bindungsmuster. Vielleicht gibt es ja Menschen, die beides haben, Verlustangst und Bindungs, also die immer wieder reingehen, rausgehen, reingehen, rausgehen und wie gesagt, das macht einen leicht liebessüchtig und ist nicht immer das Gesundeste unbedingt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtigen Begriffe sind, aber ich weiß schon, wie ich es meine. Es ist auf jeden Fall nicht Bindungssicher, das muss man nicht ganz klar sagen. Sie kann nur freiwillig und sobald auch nur ein kleiner Druck von außen spürt, den ich sicherlich so übermittelt habe, kann sie nicht mehr im Block ab. Ist das nicht das Gleiche wie in dieser Beziehung? Darauf reagiere ich mit meinen leeren Eimern und meiner Verlustangst stark. Das daraus zu finden, hat allerdings sehr geholfen. Meine Frage ist nun, da ich sie insgesamt wirklich nicht als toxisch empfinde. Ja, toxisch, ich sage ja auch nicht, dass man, manchmal kann man drüber nachdenken, wenn man so manche Menschen sieht, aber finde ich, dass Menschen an sich toxisch sind, sondern das Verhalten beziehungsweise das Setting ist toxisch. Und dazu gehören natürlich zwei, es gehört ein Pluspol und ein Minuspol dazu. Und ja, also ich würde mich aus sowas fernhalten, aber ich bin auch wirklich extrem, also meine Lebensrealitäten haben mich sehr extrem werden lassen. Deswegen, wenn du damit klarkommst, ist ja alles wunderbar, aber ich hätte keine Lust, mich ewig so antriggern zu lassen. Und ich würde, ich hätte, ich glaube, wenn ich das jetzt so höre, das ist natürlich nur eine kurze Mail, hätte ich ein gewisses Misstrauen dieser Person gegenüber, aber ich will dir das jetzt nicht einreden, also mach, was du meinst. Aber stell sie nicht auf den Podest als so völlig unproblematisch und vor allen Dingen für dich nicht unproblematisch. Natürlich kannst du da was dran lernen und kannst sagen, hey, wir arbeiten zusammen. Du kannst ja auch versuchen, aus dieser Übertragung irgendwie, die du scheinbar auf sie hast, zu entlassen. Du kannst auch sagen, hey, musst du gar nicht mit ihr besprechen. Du kannst sagen, ich entlasse dich aus der Mami-Rolle. Das kann man sich selbst auch sagen, weil irgendwas ist, da verhakt sich da so ein bisschen. So. So, sieht sie, in ihrem Wort steht, verlässlich ist, in stabilen Beziehungen und Gruppen unterwegs. Also letztlich, du weißt es nicht. Ich glaube nicht, dass du ihr ganzes Leben kennst. Und wir sehen hier ein heiß-Galt-Verhalten. Wird sie das nur bei dir haben? Ich glaube nicht. so eine Sicherheit und emotionale Stabilität ausstrahlt. Ich finde, kann das sein, dass du immer noch ein bisschen auf dem Podest hebst. Auf der anderen Seite, aber eben dieses Nähe-Distanz-Thema hat und das ich am Anfang schon als Love-Bombing empfunden habe beziehungsweise so liebeswürdig reagiert habe. War das nun Love-Bombing? Ich würde sagen, ja. Das heißt ja nicht, dass das bewusst ist oder intentional ist, sondern es kann genauso eine Kindheitsstrategie sein wie bei dir. Dass du so, oh Gott, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin. Ich muss geliebt werden. Das ist ja auch schon richtig identifiziert. Das ist auch eine kindliche Strategie, weil euer Erwachsenen-Ich könnt ihr jeweils sagen, dann liebt es mich eben nicht. Also im Erwachsenen-Ich hängst du nicht so an Personen, weil du weißt, als du im Erwachsenen-Ich weißt du immer, ich komme alleine klar. Also ich glaube schon, dass ich das so bestimmte kindliche Strategien vielleicht so verhakt haben, die sie aber auch hat. Oder kann man auch auf gesundere, sichere Menschen, die einen einfach lieben und einem das sagen mit seinen leeren Eimern so toxisch und liebessicher reagieren? Meine Antwort, aber wird vielleicht jemand anderes was anderes sagen, war meine Antwort, ganz klar, nein. Das wird meiner Ansicht nach, wenn jemand wirklich bindungssicher ist, erstmal macht er keinen, in der Regel macht er keinen Love-Bombing, weil bindungssicher ist ein bisschen kühler, als man sich das immer so vorstellt. Und er macht vor allem keinen Hot and Cold. Wozu? Das ist gerade eben nicht bindungssicher. Und meiner Ansicht nach ist, dass dieser innere Kind-Modus mit bindungssicheren Menschen eben nicht anspringt oder kaum anspringt. Also ganz im Gegenteil, scheint sie ja, wirkt auf mich ja so, als wenn sie so ist, wie Bezugspersonen aus deinem Leben und wie gesagt, dass das so eine Wundenanziehung ist, aber nee, das muss ich ganz klar verneinen. Liegt es dann an einem selber? Nee, also ihr führt diesen typischen Tanz aus, jeder hat seine zugewiesene Rolle, das ist wie, was weiß ich, wie Batman und Robin irgendwie, oder, also jeder hat seine Rolle und ohne Batman gibt es eben kein Robin und ohne Robin gibt es kein Batman und so, oder ohne, was gibt es, vielleicht gibt es noch bessere Beispiele, ohne, ich finde es immer ein, dick und doof, aber das passt hier überhaupt nicht, aber ich wüsste schon, wie ich es meine, irgendwie, ihr seid halt so ein, ihr spielt so ein Stück auf, das ist wie, wie Romeo und Julia, also es geht nur, das Stück gibt es nur mit Romeo und Julia, so, und wenn du einen dabei wegnimmst, dann funktioniert es eben nicht mehr, insofern hat jeder seinen Anteil, aber sie eben auch, so, würde mich, so, ich hoffe es war nicht zu lang, würde mich über Antwort freuen, da mich diese Beziehung nach wie vor beschäftigt und ich noch nicht ganz durchführe mit dem Idealisieren, das merkt man, aber alles gut, das ist alles, alles, das ganze Leben ist eine Reise, verrückt, 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 gut, ich hoffe, ihr habt sonst noch ein schönes Ostern, wenn es noch Bedarf gibt nach dem Live oder so, schreibt es mir gerne rein, ich bin auf jeden Fall ganz happy, ich hätte nie gedacht, muss ich echt sagen, aber ich habe echt versucht, da auch positiv ranzugehen, dass sich mit meinem Fuß, der von meinem Bänderis eigentlich immer noch andauernd wehtut, dass ich damit wirklich praktisch, ich habe zwar noch so ein Kopfding gehabt, aber ich konnte echt normal Snowboard fahren, ich kann das, ich kann das gar nicht fassen, verrückt, es ist immer alles möglich, in diesem Sinne, macht die folgenden Kurse, nutzt die Angebote und wir sehen uns bei mir, ciao, ihr Lieben.